So Leute, Pony hier, weiteres Gameplay, wieder mal als Supporter, ich zocke hier Annie als Support, werde hier auf der Botlane, wen supporte ich eigentlich? Ah, das ist die Eve, äh, Varus supporte ich, hab mich gerade nur gewundert, warum die unsichtbar ist, aber ja, Eve ist natürlich unsichtbar. So, ich hab mir hier das Relikt gekauft, genau wie Varus, ziemlich geiles Item. So, ich level meinen Q-Spell zuerst, alternativ, wenn man, kann man auch hier den W-Spell zuerst leveln und schon in der Base quasi seinen Stun Ready machen, aber ja, wir spielen glaube ich eher so ein bisschen defensiv, weil wir beide uns dieses Relikt-Item geholt haben. Und ja, dadurch eben ein bisschen defensiver bleiben. Ganz kurz auf K. Zack, wieder da. Ja, dadurch, dass der AD-Carry hier das Relikt-Item hat, bekomme ich auch viel mehr Gold. Der gegnerische AD-Carry hat es nicht. Hier, ihr seht, ich bekomme so ganz viel Gold. Wir teilen uns quasi jetzt die Last-Hits. Ich kann ihn ein bisschen hochhegeln. Oh, schade. Aber auf jeden Fall schon mal gut Damage hier gedrückt. So, jetzt machen wir mal ein Stun Ready. Okay, jetzt ziemlich hoch gehealt. Ich gehe lieber hier mal ein Wad platzieren. No Wads, Spots. Also, sie müssten sich eigentlich auch pinken Wads kaufen. Was natürlich ziemlich fies ist, weil man die sehen kann. Deshalb ist, glaube ich, Yves eigentlich momentan ziemlich geiler Jungler. Muss ich mal probieren. Nur mal so nebenbei bemerkt. Ich glaube, hier ist ein Wad drin. Ah, da haben sie... Hat er mein Wad entfernt, der Sack. Varus? Wenn du die Last-Hits nicht nimmst, kann ich sie auch nehmen. Ja, du musst sie schon nehmen, damit ich gehealt werde. Aber okay. So, ich level jetzt einfach mein E. Ich level jetzt einfach mein E. Ich level jetzt einfach mein E. This way! Don't make me hurt you! Hop! Skip! Jump! Okay, ich sehen den Spot. Und ich glaube, ich gehe mal zurück und kaufe mal einen. Wobei, ich bleibe noch ein bisschen auf der Lane. Da bekomme ich mal ein bisschen Cash. Ja, ich finde es sehr schön hier von Varus. Ah, okay, hier ist ein Mord drin. Sehr schön von Varus, dass er sich das Relikt-Item geholt hat. Ich hatte davor eine Runde, wo der Gegner der AD Carry es sich gekauft hat und meiner es sich nicht gekauft hat. Ja, dummerweise achtet irgendwie mein Antiquium ein bisschen arg drauf. Auf die, äh, dass... ...dass ich auch ein paar Last-Hits damit mache. Das ist doch ein bisschen komisch. Kein Wort. So, ich mache nochmal einen Stun wieder bei dir. Der Sound ist so geil wie bei Mario irgendwie. Ich habe das Gefühl. So, ihr seht, ich habe jetzt schon ziemlich viel Gold. Ich habe 200 ihm gegeben. Er hat mir auch von ungefähr 250 gegeben. Leider hatten wir noch keinen Gang. Ich habe das Gefühl, dass ich so ein bisschen mehr auf seine Last achte und nicht so auf das Relikt glaube ich. Zumindest habe ich das Gefühl. Okay, wir lassen uns einfach mal attackieren. Ich glaube, ich mache sonst seinen Farm kaputt. Ja, momentan müsste ich schon um einiges mehr Gold haben hier. Der gegnerische Supporter hat ein anderes Item. Und da wird rum geflamed, toll. Keine Ahnung, was jetzt schon wieder passiert ist, warum mein McLean hier so rumholt. Bei uns läuft es momentan eigentlich ganz gut. Wir farmen hier halt so rum. Mittlerweile schon sehr viel Gold. Sollte mal weggehen, um Wards zu kaufen. Aber die hören einfach nicht auf zu pushen. Ja, keine Wards. Okay, wir muten den jetzt, weil er hier einfach nur rumflamed. Ich gehe auch mal schnell zurück. Hab zwar hier volles Mana, volles Leben, aber ja mittlerweile fast 2000 Gold. So. Wir kaufen uns auf jeden Fall hier mal das Ward-Item. Zusätzlich verbessern wir dieses ein bisschen. Kaufen uns gleich mal noch zwei normale Wards. Da flamed er rum. Ich spiele eigentlich momentan gerne Support, aber irgendwie kriege ich mich dann doch da immer wieder auf, was ich für komische Leute hier bekomme. So, ich glaube, die machen den Drachen. Ich gehe mal kurz gucken. Oh, oh. So. So. Good job. Drache ist aber, glaube ich, das gemacht. Ja. Frankentipper is on the way. So, wir pushen hier mal die Lane ein bisschen. Ah, sorry. Okay, er hat's Gold noch bekommen. Jetzt muss man hier noch ein Wort legen. Pass auf, Laros. Ja, Game kann man auf jeden Fall noch gewinnen. Ah, so viel Mana. Ah. Oh, shit. Sie ist auf jeden Fall tot. Mein Tibbers ist ja schon wieder ab. Cool. Gar nichts mitbekommen. Okay. Lass lieber unter den Tower stellen. Drei Bot. Was macht denn der da so lange? Lass das lieber. Yeah, Tibbers. Ich will hier nicht die Last jetzt zu sehr zerstören. Nooo. Mein Tibbers. So, unser DKW hat hier einen Red Buff bekommen. Das ist sehr schön. Dadurch können wir hier vielleicht ein bisschen dominanter jetzt hier die Bot-Line auf der Bot-Line spielen. Ich will hier auf jeden Fall nehmen. Allerdings ja, hab ich ziemlich wenig Mana. Schade, da ist doch noch genug Mana für den Kuh, aber hab's zu spät gesehen. Oh, fuck, sorry. Hatte gar keinen Relikt-Stack ab. In der Mitte fehlen scheinbar drei. Wie lange hält denn dein Web-Buff noch? Ich würd gern mal zurück gehen. Ja, da ist lieber mal Back. Schon wieder hier ziemlich viel Gold. Ihr seht, als Supporter bekommt man mittlerweile sehr schön oder sehr viel mehr Gold als zuvor, also vor dem Update. So, wir maxen zuerst mal unsere Support-Items. Haben dadurch auch schon ziemlich viel Leben. Hm? Drache ist wieder ab. Scheint so, als wollten die Gegner ihn machen. Oh, komm schon, Kha'Zix. Bitte feed er nicht. Oh, shit. Weg, weg, weg. Das sind ja zu viele und Varus, beziehungsweise wir sind zu squishy. Nice. Hat's doch tatsächlich noch geklappt. Äh, Drake 24 ungefähr. Ist schwer zu sagen. Schon über 800 Gold durch dieses Item bekommen. Nimm doch die Last Hits. Nimm doch die Last Hits. Mein Gott. Keine Ahnung, warum er nicht farmt. Manchmal. Aber ja, er spielt hier ganz gut. Will mir, glaub ich, ein paar Last Hits hier lassen. Oh. Shit. Hab ich nicht gesehen, sorry. Dass da sowas kommt. Naha. Oh mein Gott. Tibbers hätte hier fast den Alistar gekillt. Dummerweise kein Mana. To job. Nicht mal Man Assist, aber aufpassen, Lux kommt. Und noch mehr. Okay, mein Stun ist aber wieder ready. Nein, da sterbe ich. Nice. Sehr nice. Vielen Dank, aber ja. Dafür ist... Yves dann gestorben. Gebt lieber weg. Oh oh. Schön. Humbo verkackt. Nun. Wir haben schon wieder 1000 Gold. Und kaufen uns... Ich kauf mir mal 5er Boots. Good Job. Maros carried den Shit hier. Mal, pass auf. Ich bin wieder auf dem Weg. Ja, mittlerweile habe ich das Item gemax, wodurch ich mir ein bisschen Leben abziehen kann und dem Gegner dann hier als ähm... Ja, wie soll man das nennen? Als Schild quasi geben kann. Ich shield ihn mal kurz hoch. Zack. Schon wieder volles Leben. Zwei Min Drake. Puh, er hat ihn auch bekommen. So. Ich geh mal jetzt der hier in Jungle ein wenig warden. Ich kann ja maximal nur noch 3 Wards hier setzen, was ich ein bisschen blöd finde. Irgendjemand soll reportet werden. Also, ich glaube, ich kann Kasix mal wieder demuten. Ich glaube, er hat sich jetzt mittlerweile wieder ein bisschen beruhigt. Na, wir gehen noch nicht weg. Lane Retail ist gerade doch ein bisschen gepusht. Schön. Ich hab mein Stun wieder ab. Krache, eine Minute. Ich hab mein Stun wieder ab. Krache, eine Minute. Ach ne. Och, ne. Oder? Tibabs! Drache. Okay ist noch nicht ab. Dann.. Pushen wir hier die Botfellen. Tibbas tankt. Oh, die Ulti. Oh, shit, sorry. Da hab ich's den Kill bekommen. Ich hab schon wieder 2.000. Strike up. So. Was kaufen wir uns denn als nächstes? Ähm. Ich guck mal kurz, was mein Team gekauft. Ob da eventuell jemand Aegis gekauft hat. Oh, 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 oh. Nein. Also, okay, Gegner geben auf. GG, hoffe, hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal.